Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 29. April Da spricht der Jünger, welchen Jesus lieb hatte, zu Petrus. Es ist der Herr. Da Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, gütete er das Hemd um sich, denn er war nackt, und warf sich ins Meer. Johannes 21, Vers 7 Wer baden will, zieht sich doch aus. Petrus macht es umgekehrt. Als das Boot der Jünger nahe dem Ufer ist, erkennen sie, der Fremde dort ist der Herr Jesus, der von den Toten auferstandene. Da kann es der Petrus gar nicht mehr erwarten, bis das Boot ans Ufer gekommen ist. Er schwimmt hinüber. Wie hat die Botschaft, es ist der Herr, ihn elektrisiert? Welche Eile und Aufregung? Schnell legt er sein Übergewand an, das er beim Fischgang abgelegt hat. Ist es Verwirrung? Ist es Ehrfurcht vor dem Herrn, dem er würdig begegnen will? Wir wissen es nicht. Aber das merken wir klar. Es zieht den Petrus mit aller Gewalt zu seinem Herrn. Wie wunderlich ist doch das Menschenherz. Gerade kurze Zeit vorher war er doch dem Herrn und allem, was mit ihm zusammenhing, weggelaufen. Ein Mensch, der mit dem ganzen Christentum Schluss gemacht hatte. Nun taucht der lebendige Herr auf und schon schwimmt Petrus ihm entgegen und zeigt, dass alles in ihm nach Jesus schrie. So ist unser Herz, es flieht vor Jesus und sehnt sich doch nach ihm. In einem Liedvers von Angelus Silesius heißt es, Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Das ist es, so seltsam ist unser Herz. Ich suchte dich, ich hatte mich von dir gewendet. Flucht vor ihm und Sehnsucht nach ihm zugleich. Der Vers schließt. Nun aber ist's durch dich geschehen, dass ich dich hab ersehen. So änderte die Sache bei Petrus. Möge es bei uns auch so gehen. Herr, gib keine Ruhe, bis wir endgültig bei dir sind. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich. Hallo. Keep following. cyk. Euіч. Vielen Dank.